Willkommen zurück zum Monospiel Borderlands 2 im Koop mit Askin. Askin hier! Askin da! Askin hier! Weiter geht's, da sind noch mehr Kisten. Muni, sieht so übelst nach Extremkampf aus. Ja, ne? Ja. Paketenwerfer auffüllen, zack. Denn so sind Helden. Sie zeigen Gnade. Was kommt aus diesem Tor? Hm, man weiß es nicht. Aber ich hatte nen Stellradetor zu sagen. Ah ja. Warte! Warte! Abbrechen, abbrechen, abbrechen! Oh, Gott sei Dank. Hier ist ein Sniper 478. Ohne Schrotze. Nö. Ich nehm's aber mit. Die hat halt, ähm, Korrosion gehabt. Der Bunker. Der Bunker. Der Bunker. Der Bunker. Oh, wir können verkaufen. Oh, super! Schau nach oben, Schwab! Schau nach oben, Schwab! Meine Topter kommen! Ja, okay, cool. Die Kopter können noch nix! Wie man sieht. Ja. Ich hab'm abgeschossen. Ich schreien deine Luftunterstützung! Okay, hier ist der Shop. So mal zwischendurch verkaufen, warum eigentlich nicht? Wer verkauft das zuerst. Hm, du kannst doch auch verkaufen so in zwei Shops. Hast du, du wolltest Deckung geben? Ja, brauchen wir auch nicht. Hier ist ein Schild mit 2100. 2100, oder? Ja, ich verkauf die Sachen gerne. Ich weiß auch grad nicht, was ich verkaufen soll. Ich verkauf grad rigoros. Alles. Ich hab auch die schöne Waffen verkauft, die so einen schönen, schönen Geräusch macht. Hot Button Bane. Ja, da kriegst du 1000 für. Ja, die verkauf ich aber auch, die war ja nicht so wirklich zugebracht. Ja, das hab ich auch gebrauchen. Naja, es ist so schnippern. Die ist vielleicht gut, aber... Okay, Submachine haben wir. Blitz, dass das. Die hat 147. Die kann weg. Die kann weg. Okay. Das krieg ich wieder hin. Ich will gleich mal gucken, was ich für ein Schild hab. Oh! Vorsicht! Au. Ja. Oh, ich hab nur ein 1.5er Schild. Eigentlich müssen wir jetzt ein... Wenn das Geld stimmt, verspricht dir dein Leben. Wundervoll! Nichts geht über einen guten Geräusch! Eigentlich müssen wir den kaufen. Ja! Von jeder Zeit wieder! 6.000 tut natürlich schon weh. Mein Schild ist schon echt heftig. Für mich kostet er 5.000. Ne, ein... Ein Angebot des Tages? Ein Angebot des Tages? Mh... Der hat die Aufladegeschwindigkeit halt scheiße. Ja, das ist schon maximal... Leben ist auch wieder runter, ne? Also, ähm... Ich denke an den, der nicht ihr Angebot hat. Den Fire Nova Shield. Ladekapazit 1.5. Okay. Ladegeschwindigkeit 2.8.3. Ach, scheiß. Dann nehm ich den da drüber. Weil der da drüber, der hat für mich nämlich alles grün. Oder gleich. So, Shield... Da hab ich ja kein... Element mehr. Aber egal. Scheiß auf Element. Ticken wir den gleich. Wo ist denn das für ein Krach hier? Dieses Kraftfeld schützt die letzte Tür zu meinen Räumen. Es wird erst deaktiviert, wenn du den Bunker zerstörst. Ja, ich hab ja grad, äh, Dings eingekauft. Wollte ich ja gar nicht nehmen. Muni, ich auch, ja. Okay, Schluss mit lustig Kinder. Rick und seine Versager könnten meinem Bunker nicht knacken. Und ihr könnt's auch nicht. Achso, das ist dem sein Heli. Das ist auch dem sein Heli? Alles klar. Oder oder oder? Oh, meine... Shells sind aber viel zu lahm. Damien! Ein Automatik ist jetzt weniger! Ah, okay. geht auf einmal die party ab dass ein schütz noch ganz lauter hier egal der schmerz medikitz unter wir haben es nix im schütz und nicht verschreien ja schützt schützt oder die mini 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 jawohl sehr gut das ist auch auch aber ich war geboxt schluss weg laserstrahlen das ist gar nicht so einfach den auszureichen ja nur schüttchen auf den kisten bist du sicher vor den laser strahlen kann ich gerade nicht letztendlich in laser strahlen natürlich lauter ewigkeiten weg sind passen bleibt ja ich bin gleich da haben wir mal die geschütze sie kann es mir was platz was platz hat er mich voll weg gerammt den krieg ich den krieg ich du hast ihn getötet ja die granate war schon längst unterwegs dann beleg mich mal bitte wieder danke der steht neben uns oder was gleich direkt neben dir neben dem ne ist schon tot danke jo schildbord verdammt da ex mischi Ja. Idiot. Wenn ich halt Automatik schütze. Gibt's aber überhaupt noch welche? Ja, guck mal. Es sind vier von elf. Oh. Aber vielleicht sollten wir mal die Dinger fertig machen, die hier angezeigt werden. Ja, die Punkte. Aber wie kommen wir da hin? Haben wir hier runter? Oh, wahrscheinlich. Ich hab keine Ahnung, weil ich glaub, wir könnten hier unendlich viel schießen. Ich glaub auch. Ja, ja. Die ganze Area. Wir müssen nicht da oben bleiben. Okay. Oh shit, ich bin auch gleich da. Ich rück's aus dem Feld. Ja. Und down. Ich morgens hin. Und wieder da. Stark. Ich auch. Okay, irgendwas muss noch über mir sein. Ah, das ist da und okay. Das soll ich jetzt sein. Oh, Leser. Oh shit. Ich wäre falsch neben, das ist scheiße. Da ist das Ding. Okay. Achtung, Leser. Automatikgeschütz. Huh. Down. Laser. Was suchen wir eigentlich? Immer noch mal Automatikgeschütze zu stürmen. Die Slides haben Munition fertig, draußen am Ring. Vielleicht müsste ich ein Ziel sein, aber... Ein sauberer Abschuss. Keine Ahnung. Da komm in die Reine. Kann schon. Hier muss es irgendwo sein. Ich sehe es doch schiefsten. Da oben. Ja. Ah, ist es doch. Ah. Okay. Juh. Oh, oh, oh. Schießt du mit Raketenwerfer? Ja, ja. Glaubst du wirklich, ich würde Angel nur mit ein paar Bonds und wackeligen Kanonen schützen? Okay. Du bist nicht wirklich am Bunker. Der Bunker ist kein Ort. Oh. Oh, ein Liedschrift. Und er fliegt. Ah. Oh, shit. Wow. Oh, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Oh, Sackgasse. Au, wow, 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 wow. Oh, das Leben fühlt sich wieder schön. Von dem? Ja, der regeneriert sich. Oh, das ist super. Komm mal her, du Sackgasicht. Ich hasse fliegende Gegner. Ich zerstöre die Automatikgeschütze aus dem Bunker. Aus dem Bunker Automatikschütze. Geht schon. Ich sehe nix. Der ist in der Wasserfall. Uta. Geh raus zu bringen, da du Medikits brauchst. Wo ist die Drecksau? Da. Das ist die Medikits oder was? Nee, komm. Uuuh. Siehst du ihn? Da ist er doch. Gleich ist ein Schütz weg. Ja, ist weg. Toll, beide daneben. Nee, doch nicht. Einer hat gesessen. Oh, so ein bisschen Heilung wäre nicht schlecht. Oh, so ein Schütz weg. Geh raus. Seht die, bin ich. Geh raus, siehst du ihn. Das ist ein Schütz weg. Geh LIH. Hall. Hall. Die Inte. Geh. 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 Was ist das? das ist noch da ich höre ich nicht nur falls du redest das der party geflogen oder bin ich aus der party geflogen ich sehe das finde ich ja wir hören den lieben Aski nicht mehr ich habe einer von uns aus der party geflogen ich bin im fein mal gucken was hier oben ist das hat mir hier eine gute posi da geht schlechter so so oder so so und so so Ich glaube, das bringt gar nichts den Sinn, Fliegen abzuschießen. Man muss schon stehen, oder? Ich glaube, hier oben die Pussy ist gar nicht so schlecht. Am 11. haben wir gleich. Die Slaves haben Munition für dich, draußen am Ring. Scheiße, ich muss nachladen. Ich glaube, ich bleibe hier. Hier bin ich sicher. Da ist das Fall. Die große Kanone lehnt sich auf. Keine Muni mehr. Die große Kanone lehnt sich auf. Die große Kanone lehnt sich auf. Deine Mama lädt sich auf. Ich gehe mal Muni holen. Oh, nicht runterfallen. Was? Ich will da keine Muni? Ich will mich verarschen. Nein. Nimm. Er aktiviert seine Monsterwaffe. Da ist der erste bis oben. Ich komme. Das schaffe ich nicht mehr. M�hhh! Pursısert Feuer! Purser Feuer! Im Gegner,« in Denkungs~! 05. Für Dul, dass wir drin sind! Oh! Fuck! Oh! Weiss commissioned. Yeah! Ah! Yes! In diesem gang! Yeah! Philippus, karische Or sabia Mikrobanz, kein problem das haben wir voll im griff hier der hat zwar viel hp aber das ist easy immer schön auf die große kanone manchmal locker so ein stress viel hat er nicht mehr greift mich da wieder einer von hinten an tatsächlich also ich habe mich aus den augen verloren das kind ausgehen was geht das unter mir ich kann schnell 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 ja hab dich dann auf die uhr gucken noch zwei minuten auch Boah, ich hab noch ein Leben, also 1 HP. Ja, ich hab da wieder Monique, sehr gut. Ja, ich hab da wieder Monique, sehr gut. Jetzt geht's rund. Oh, ich geh drauf. Lauf, 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 lauf. Okay. Ich werde jetzt hier mal die Folge beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.